A lowly tarnished, playing as a lord, I command thee now! 640.000 glaube ich? Ne, 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 der hat weniger gegeben, der hat irgendwas mit 200.000 gegeben. Gehen wir erstmal, da ist halt der Boss, ne, da ist gefühlt der Endboss, Endboss. Ich fand der war auch cool, ja, der war sehr, sehr cool. Ich fand die Waffe sehr cool, die er gegeben hat. Wo geht es denn hier lang? Wer, der ist schon, der ist schon tot? Sind schon alle tot? What? Na, der da hinten nicht. Dunkelschmiedestein 8. Nehm ich gerne. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Mal so ein kleines, mini-separates Gebiet. Lass mich hier runter. Du lebst doch. Nein? Ha. Das ist eine schöne Truhe. Benal? Und warum Benal? Und warum hier? Oh, das ist ja böse. Das ist ja richtig böse. Das ist ja richtig böse hier. Aua. Was war das denn cooles? Lass mich erstmal die kleinen Gegner hier killen. Benal. Au. Au, au, au. Schöne Komme. Au. Was, der ist nach Hause? Ist ja lustig. Warum habe ich ihn nicht getroffen? So. Das ist lustig. Invadet mich, der nette Herr, wenn hier ganz viele kleine mini-gegner sind und haut dann ab. Naja, lustiger Typ. Au. Was ein Witzball, ey. Was ein Witzball, ey. Ähm. Talisman des alten Fürsten da. Benal hat die Wirkungsdauer von Zauber-Effekten. Ein legendärer Talisman mit dem Bild des uralten Königs, der im Zentrum des Sturms jenseits der Zeit residiert. Danke. Du hast also gerade den Boss gespoilert hier. Danke. Benal hat die Dauer von Zaubereien und Anrufungen. Angeblich zerfällt die königliche Stadt Farum Asula seit den Tagen des Ersten Reiches. Cool. Also nicht cool, aber cool. Na, gib mir den mal wieder. Immer diesen Vader. Ja, den möchte ich jetzt eigentlich nochmal holen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, der wird wahrscheinlich wiederkommen, wenn ich nochmal da hingehe. Wow, ey. Lustiger Typ, ey. Das ist ja super blöd gemacht. Dass man da aus der Range von ihm gehen kann. Ja, die Pögel kam mir mega verarscht. War. Was? Was Basti? Was? What? Gott. Oh Gott. Einmal nochmal zurücklaufen. runter, diesmal hoffentlich nur unseren Jungen hier triggern wir haben die gleiche idee vorher kamen schneller raus er rollt auch nicht er greift halt nur an ok warum denke ich auch dass ein npc schlauer ist als andere entzies blasphemische klaue wer schlinger zepter und dann halt seine ganze rüstung und game ist gut ok gucken wir mal einen silberner helm in den winzige bestien eingraviert sind entstammt von bernal dem rekursanten die bestien mit ihren bedeckten augen und ohren verstehen stehen für ein alt verschließt eure augen beschließt eure ohren beschließt euren geist vor jeglichem zweifel nun folgt dem pfad der vor langer zeit in stein gemeißelt wurde das ist ganz schön gute schwere rüstung auch eine silberne rüstung in der winzige bestien eingraviert sind sie stammt von bernal dem rekursanten helden und fürsten ziehen bestien wie magisch an dies ist die rüstung eines helden der des fürsten throns würdig ist und genau das war benal bis zu dem tag an dem seine jungfahr sich in die flamme stürzte das heißt er hat auch alles das erlebt was wir bisher bis zu dem punkt erlebt haben aber wir wollen ja nicht unsere jungverein schmeißen sondern wir wollen eigentlich mit ranni sachen machen oder wir machen halt wahrscheinlich dass er wahrscheinlich ist wegen den drei fingern opfern wir uns selber war die rüstung ist aber sehr sehr stark krass haben seine handschuhe auch noch spezielle sachen stehen ne ok dann seine waffe ein zepter in form einer schlange die die gesamte welt verschlingt diese waffe wird mit der zeit gewiss zum symbol des fürsten der blasphemie eine länder der legendären waffen aber auch eine zukunftsvision von reich hat der an der schwelle des todes kurz bevor ihnen die große schlange verschlägt welt hinschlinger erfüllt das zettel mit magie und schlagt auf dem boden um allen gegnern in der nähe lp zu rauben das heilt das sehr cool das ist ja ganz cool und wir haben noch eine sache bekommen nämlich hier das dann ein stück fels mit eingravierten spuren der rune des todes oh das ist gut kann die macht der schwarzen klinge ablenken in der nacht der schwarzen messer übergab rani diese spuren präter reich hat als belohnung sollte es eines tages so weit kommen würde reich hat das als letzte bastion die schwarze klinge melke herausfordern in den schwarzen scheu sein den des schicksals tod einheit zu gebieten schreibe ich mal ganz kurz auf das merke falls ich nicht weiß was man machen muss reich hat melke herausfordern ich gehe mal nachher zu reich hart einfach mal zu gucken vielleicht aber auch mit rani ach schon dran muss ich auch noch daneben schreiben wo ich mit rani hat das ding auch zu tun müssen wir mal gucken das ding klingt interessant sondern sind aber auf der seite auch soweit fertig also ich wollte mir noch gucken angucken was die waffe für scaling und so hat der herrke geschickt und glaube das ist so eine gute waffe für uns objekt was haben wir noch für ein ganz kurz ddd scaling das ist echt nicht schlecht feuer schaden und normalen schaden und das scaling ist halt echt krass also wenn 66 bonus schaden allein auf stufe 1 machen genau lasst mal kurz zu reich hart gucken 2 die ja Kann ich es benutzen oder so? Das ist wie ein Counter, ah, okay. Also wenn wir einen Gegner namens Malekith finden, dann sollten wir das doch benutzen, I guess. Äh, so. Hmm. Ob irgendjemand, er tat wieder Gnade, was dazu sagen hat. Wir haben so ein legendäres Item gefunden. Hm. Hat Luke nochmal was zu sagen? Ähm, dann... Lass mal zu, Rani. Ähm... Jetzt fällt mir grad nix damit ein. Er ist ein neuer NPC. Bock denn näher? Ach, Dummfresser, naja, okay. Ja, ju, dann wieder an der großen Brücke und dann gehen wir mal in den Bossfight. Zerfallendes Farum, Azula. Ach. Ach. Noch ein sehr, sehr schöner Name, wie ich finde. Azula erinnert mich immer an die Schwester von Zuko in Avatar. The Last Airbanner. The Last Airbanner. Ach. Freundschönen. Oh... Lässt mich nicht mehr buffen, der Saftsack. Ja, es ist geil. Ich hab getrunken 20 Mal schon viel. Ja, kannst du über deine Attacke halten noch länger. Cool. Ja. Okay, da kann man so nicht ausweichen. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ah, so knapp. Aber warum war er gestagert, aber auch nicht gestagert? Das verstehe ich auch wieder nicht. Das war ein interessanter Bug, oder ist das bei dem Gegner einfach so? Weil ich halt das Stagger-Geräusch gehört, aber er war einfach nicht gestagert. Das war's. Das war's.